Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gaming und wir spielen jetzt noch das 30 der 30. Ich würde dann jetzt um ihre Freien bitten. Das könnte bald die Meisterschaft gewinnen. Oh, für die Champions League sind wir ein Punkt. Wir holen einen, wir gewinnen einfach. Genau, Möge, der beste Gewinner einfach, Leute. Werden wir sehen, Leute, werden wir sehen. Abfahrten. Genau, trotzdem vorsichtig sein, Leute. Das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Kommen. Trotzdem müssen wir das Spiel gewinnen, Leute. So, heute werden wir wieder ein, zwei Spieler rausnehmen. Habe ich mal überlegt, wir werden wieder ein bisschen, ein paar Spieler eine Pause gönnen. So, wir werden ein paar, wir werden ein bisschen Spiel nach eine Pause gönnen. Weil wir brauchen, wir müssen, wir müssen, die Saison ist noch, es ist noch lange zu spielen. Und wir müssen es einfach versuchen. Wir müssen, ach nur ein, das stimmt noch nicht. Und das ist das wichtigste, einfach, ach, muss spielen. Und, ähm, heute gegen die Eintracht, ein schönes Ziel holen. Frankfurt war auch nicht schlecht heute, die Frankfurter in der Nacht sind jetzt herankommen Frankfurt will noch an die Tabelle, es wird schwer um die Champions League Plätze, wird schwer um die Champions League Plätze zu erreichen, Leute, aber es ist machbar, Leute, es ist machbar Oh, die Kramer ist der Kapitän der Eintracht und Krab spielt bei ein Bei jedem, ja, und denke Ja, so Oh, und Günther, oh, Alter Dann werden wir mal sehen, wie es der erste Bahn heute hingeht Letztes Spiel dieser Woche, Alter ist der Alter ist der Graf klein, Leute, Alter, muss man schon ehrlich sagen Oh, Mann Wir wissen, wir haben in der Defensive jetzt ein bisschen neue Spieler beworben Ja, ja Ja, ja Wir wissen, er ist nicht so der Stoßstürmer wie einer, die wir jetzt haben. Abseits, oder war das was? Und die Abseitsfalle funktioniert immer wieder gut. Die Ab, oh, er ist halt nicht so schnell zusammen, er ist halt überm... Wir wollten heute mal testen, weil er ist immer gut am Ende des Spiels, ist er gut. Aber das kann... Das könnte jetzt ein bisschen Sinn werden, dass man dem Spiel vielleicht eventuell verlieren Aber nicht aufpassen, Leute. Aber nicht aufpassen, Leute. Weil mehr könnte Graf, könnte man so... Da ist so mehr so der Graf, einer für... Der die Bälle abfängt und halt... So ein hängender Stürmer kann man eigentlich so sagen. So kann man es sagen, so ein hängender Stürmer sein. Und wir müssen halt... Wir brauchen noch... Noch eine... Noch eine... Noch eine... Noch eine... Noch eine... Noch eine... Noch eine 90er bräuchte man noch nicht. Noch eine... Noch eine... Wenn Licht war... Das liegt... Vielleicht... Ich könnte mich raus nehmen, aber wir brauchen... Ja, er ist halt kein Kopfballungeheuer Leute, das müssen wir sagen, er ist kein Kopfball Aber man merkt sich, so Leber, Dorf, Gift, Masse, Feest, dann können wir sagen, wir müssen nachmorgen eine Pause können Er ackert von, ich finde, beim Merkwasser hat es noch Juliis, das merkt man jetzt nicht und halt so nicht viel Ich habe noch mal eine Minute, ich muss noch mal eine Minute Es gibt Spielertests und wenn es alles schief geht, ist es alles schief gelungen. Der Graf ist halt so, der tut eigentlich so als ein hängendes Mittelspiel. Ja, das ist das Problem. Wir brauchen, ich habe noch einen 1,5 Aufenthalter, mindestens 3 haben. Nein. Weil das Licht will ich nicht, das Licht ist nicht so. Ja, aber man, die 1,5 Aufenthalter, die 1,5 Aufenthalter. Das bleibt noch ein bisschen im Spiel. Ja. Auch wenn er nicht hundertprozentig... Ich lasse ihn doch auf dem Feld den Graf noch ein bisschen. Das wäre jetzt... Das wäre jetzt... Das wäre jetzt riskiert, Leute. Das ist zum Sinn. Ihr habt noch nicht hundertprozentig eingeschlagen. Aber wir werden es weiter versuchen. Wir werden es trotzdem weiter mit ihm versuchen. Wir werden frei damit ihm fassen. Das ist alles. Alles. Also schon wieder seine Gefahren wieder nicht... Ähm... Und wieder... Ah, dann ist es wieder... Nächstes ist das DFB-Pokal-Spiel, denke ich, weil wir Bundesliga-MR schon gespielt haben. Das ist das DFB-Pokal-Spiel. Mehr bereiten... Mehr bleiben noch... Den Graf noch kann hinzuwerfen spielen. Mehr bleiben noch... Der Grafen kann hinzuwerfen spielen. Alarm. Heute ist aber glaube ich mehr die Abwehr heute. Jetzt aber ich glaube es ist fast schon mehr die Abwehr eigentlich als diese. Es ist schon fast mehr die Abwehr heute Leute angegeben. Aber wenn man sieht, wie viele Spieler müde sind. Die Spieler sind müde angeschlagen. 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 Aber jetzt haben wir eine wichtige Schu... Ah ja. Wir gucken einfach irgendwie das Spiel noch durchziehen. Oh nein. Es funktioniert heute eigentlich. Die Mannschaft ist freudig. Einfaches. Frankfurt. Frankfurt ist heute einfach nicht besser. Und jetzt haben wir die Abwehr. Und jetzt haben wir die Abwehr. Und jetzt haben wir die Abwehr. die Leute. Alle diese Jungen. Es funktioniert mit dem Team. Aber die Definition... Es... Es ist einfach nicht durchkommen. Er ist einfach nicht... Und jetzt muss ich... Dude, er kriegt das Spiel durch Leute. Er wird durchge... Ja, er darf durchspielen, meine. Er darf durchspielen, meine Gülle. Er darf durchspielen, meine Gülle. Ach, wenn das Spiel verloren geht. Der Graf darf trotzdem weiterspielen. Moment, Ron, die eine... Und man merkt, er ist am Limit, Leute. Er ist am Limit, er spielt nur, er ist nur, er ist am Limit. Er ist am Limit, Leute, auch. Aber er ist mir... Aber er ist mir, sind die Frankfurter am Limit zurzeit. Er ist mir, er ist mir, die Frankfurter sind am Limit jetzt schon lange. Er ist mir, dass er die Frankfurter sind am Limit. Mit mir in die Paare, die sind am Limit. Ah, Mann! Auf, Mann! Die Frankfurter retten sich irgendwie am Ende noch. Ja. Bei uns war... War... Gut. Aber... Wir haben noch was getestet, Leute. Es ist halt... Richtig in die Hose gegangen. Richtig in die Hose. Und das ist halt... Wir haben halt was... Wir haben halt was... So ist halt... So ist halt... Fußball, Leute. So muss es... So kann man sagen. So ist halt Fußball. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Ja, wir waren halt nicht gut, das muss man sagen. Wir waren nicht gut, aber... Es ist halt nicht... Es ist voll da und nicht so. Gucken wir mal, das war ne schöne Serie. Ich danke Ihnen. Es ist halt schief gelaufen. Es ist halt schade, aber... So ist halt... Das... Oh, es ist halt neu. So kann man es sagen. Es ist halt so. So kann man es sagen. Es ist halt... Es ist halt schief gelaufen. Es ist halt... bisschen schief gelaufen so leute und jetzt spielen wir gegen leipzig im halbfinale aber gegen leipzig spielen wir erst beim nächsten mal somit sagt wieder euer peter geben tschüss bis dann pg bis den